Ich hatte eine wunderschöne Zeit beim FC Bayern. Als ich dort hinkam, war Luca Toni schon da und der war bereits eine absolute Ikone im Verein. Ich wurde dort großartig empfangen. Für mich persönlich war es schon eine tolle Saison, obwohl ich natürlich weiß, dass ich als einziger Italiener keinen Titel mit den Bayern gewinnen konnte. Wir hatten in diesem Jahr viele Probleme und sind am Ende in der Bundesliga nur Zweiter geworden. Dennoch war es für mich eine tolle Spielzeit. Ich habe in einem fantastischen Umfeld gelebt und bei einem der besten Clubs der Welt gespielt. Ich konnte eine neue Kultur kennenlernen und das Leben in einer wunderschönen Stadt genießen.